Meine Freunde, willkommen bei einer neuen Sendung. Ich bin jetzt hier gerade am 4. Hauptbahnhof, wo ich mal wieder einen neuen Clean-Up gemacht habe. Ich verlinke das Ganze mal oben rechts. Nummer 182 für Clean-Up die Welt. Und das Ganze wieder mal ein ganzer Sack geworden. Ja, kein Stress hier. Ist auch ganz geil, weil hier die ganzen B-Titel liegen mal vor. Und die Leute, die hier sitzen, an diesen Grünanlagen. Gibt es hier zwei Stück beim Fürther Hauptbahnhof. Die liegen halt an jeder Bank. Liegt einfach jeglicher Dreck, den andere irgendwie vergessen haben, als sie sich hierher gesetzt haben. Das ist total lustig. Und das sind so Sachen, die wundern mich irgendwie total. Das verstehe ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum man irgendwas zurücklassen würde. Vor allem wenn man Mülleimer hätte. Ich verstehe das immer, wenn Leute zumindest sagen, es gibt keine Mülleimer. Aber auch dann legt man ja irgendwie seinen Müll wenigstens irgendwie so an den Eingang des Parks oder so. Sowas würde ich verstehen. Ganz, ganz oft legen Leute halt irgendwie dann die Sachen nirgends hin, die lassen das einmal liegen, wo es ist. Aber mal ein ganz anderes Thema, was ich immer wieder komisch finde, ist, ich bekomme immer wieder mit, wie viele Menschen darüber reden, was man alles machen könnte und was alles für Probleme auf der Welt gibt. Und auch diesen Weltschmerz. Und dann denke ich mir immer, was macht man denn dann gegen diesen Weltschmerz? Man müsste irgendwo anpacken. Und teilweise wäre es ja gut, wenn man irgendwie eine Sache von den ganzen Sachen macht, die einen Schmerzen tun. Dass man halt zumindest sagt, okay, mich beschäftigen irgendwie 100 Probleme und zwei packe ich dann an. Was ich aber dann ganz oft mitbekommen ist irgendwie, dass Menschen sagen, ja, boah, die reden über diese ganzen Themen und dann springen die zwischen den Themen die ganze Zeit her und dann noch ein Weltschmerzen, noch ein Weltschmerzen und alles tut weh. Und irgendwie gehen aber dann ganz viele Menschen halt niemals los. Weil die haben dann so viel, über so viele verschiedene Sachen geredet, dass die halt komplett gelähmt sind. Und was wir am Ende haben, ist dann, dass wir quasi sehende Menschen haben, die auf die Probleme gucken und durch das ständige Daraufgucken des Problems halt völlig gelähmt sind. Es ist aber in der richtigen Welt, also in ganz vielen anderen Beispielen eigentlich dasselbe. Es gibt ganz, ganz oft das Beispiel, dass wir irgendwie ganz lange auf ein Problem gucken. Und dann sind wir durch das auf das Gucken so gelähmt, weil wir nur noch mit einer Sache beschäftigt sind oder eben mit nur noch diesen Problemen und nichts mehr anderes machen, dass wir halt einfach nicht mehr losgehen. Dann wundert mich, dass wir uns da nicht irgendwie wenigstens sagen, so komm, wir gehen mal irgendwie los, wir machen so bestimmte Sachen. Eben machen wir. Mich beschäftigen irgendwie halt, nehmen wir an, zehn Probleme und ich beschäftige mich mit einem. Und ja, das wäre irgendwie so ein Ding, wo ich sage, wir könnten einfach mal anpacken, wir können einfach losgehen. War auch initial für mich so der Grund, weil ich immer ganz viele Menschen habe reden hören. Ich habe dann für mich irgendwann gesagt, okay, ich glaube ich, ich, also, das bringt mich um. Ich gehe, sondern sterben halt, wenn ich die ganze Zeit nur noch über Probleme rede. Ich möchte machen. Ich möchte mal sehen, was machen ist, weil wie nicht machen geht, das habe ich 28 Jahre lang gesehen. Viel, viel Wissen über Probleme, aber keine Lösungen. Und dann ging ich halt los. Ich für meinen Teil habe das so definiert, dass ich sage, ich möchte halt für mich eine bestimmte Anzahl an Müll oder bestimmte Sachen machen jeden Tag, damit ich diesen Weltschmerz irgendwie wegmache für mich. Mein Gewissen hat ein bisschen ein Problem, dass die Welt so am Arsch ist und dafür mache ich bestimmte Aktionen. Und wenn ich die gemacht habe, bin ich happy. Das heißt, für mich bedeutet das 2023 zum Beispiel einen Sack Müll pro Tag auf Cleanup die Welt. Manchmal auch zwei bis drei, manchmal auch welche mit dem Daniel, die auf seinem Kanal sind. By the way, checkt mein Daniels Kanal aus. Und dann bin ich happy. Dann ist mir voll egal, was irgendwo anders auf der Welt ist. Ich weiß, ich habe hier angefangen und ich habe schon einen Sack weggebracht. Das mal so weitergegeben. Ich glaube, es wäre wichtig, dass wir uns einfach mal definieren, was ist dieses Ding für uns, was den Weltschmerz ein bisschen kleiner macht. Womit machen wir das? Und vielleicht, dass wir auch einfach mal anfangen. Vielleicht auch, wenn wir das nächste Mal merken, dass wir schon wieder irgendwie über Probleme reden, die wir schon seit Tagen, Wochen oder Monaten nicht angepackt haben oder noch nie stopp und sofort losgehen und das erste machen, was man da machen kann. Einfach mal an alle beide gegeben. Ja, vielleicht lasst ihr mir mal in den Kommentaren, womit ihr sagt, dass ihr das jeden Tag macht. Ich für meinen Teil macht das, indem ich eben pro Tag einen Sack Müll sammle, indem ich jeden Tag, wenn ich irgendwo rumlaufe, sammle ich ein paar Stück Müll, die ich dann zu Hause sammle und irgendwann sortiere und vielleicht irgendwann abseige. Und jeden Tag mache ich eben so kleine, kleine, kleine Schritte. Und für mich wäre das wahnsinnig schlimm, wenn ich irgendwie irgendwann stehen bleiben würde. Ich verstehe gar nicht, dass wir auf so einer Welt leben können, in der wir so viele Möglichkeiten haben und zu viele Sachen machen könnten. Mittlerweile auch jeder einzelne durch die ganzen Mittel, die wir haben, aber wir niemals losgehen. Und ich denke mir manchmal auch, natürlich ist das Problem, manchmal, wenn es ein zu krasses Überangebot gibt, dann sind wir quasi gelähmt durch dieses Überangebot und gehen auch nicht mehr los. Also das ist eben so die Schwierigkeit. Und manchmal ist das gar nicht so schlecht, wenn man zu wenig hat. Weil wenn wir zu viel haben, sind wir zu krass bedient. Naja, auf jeden Fall lasst mir mal unten in den Kommentaren, was ihr sagt, wie ihr losgeht, womit, was sind eure Sachen, die ihr täglich macht, um Weltschmerz kleiner zu machen. Oder macht ihr das wöchentlich? Oder gibt es irgendwelche Initiativen, wo ihr mitmacht, Organisationen, wo ihr euch einbringt? Lasst mir das in den Kommentaren. Und ich hätte gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch auch noch eine gute Zeit. Macht es gut, meine Hände. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.